Und jetzt spielt ein alter Mann auf der grünen Wiese. Die Gitarre ist aus Plastik und sie klingt auch so. Und kaputt war Wetterfest, taugt zur Not als Paddel. Penne, Schläger, Biergefäß und noch vieles mehr. Ach, wie ist so wunderschön, nur schaurig ist ihr Klang. Doch das passt ja gut zu mir, denn ja vielen Dank. Nur das Kluren muss noch weg, denn es macht mich krank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020